Ernährung bei zu hohen Cholesterinwerten Die richtige Ernährung bei zu hohen Cholesterinwerten kann dazu führen, dass deine Blutwerte sich verbessern und du auf Tabletten verzichten kannst. Die richtige Ernährung bei zu hohen Cholesterinwerten kann die Lösung für schlechte Blutwerte sein, besprich dies mit deinem Arzt. Wenn dein Arzt deine Blutwerte bemängelt, wird er dir sicher auch erklären, dass die richtige Ernährung bei zu hohen Cholesterinwerten Medikamente unnötig machen können. Welches ist die richtige Ernährung bei zu hohen Cholesterinwerten? Bevor du erfährst, was die richtige Ernährung bei zu hohen Cholesterinwerten ist, solltest du zunächst verstehen, wie es überhaupt zu solchen Blutwerten kommt. Wenn dein Arzt zu hohe Cholesterinwerte bei dir festgestellt hat, dann bist du nicht wirklich krank, sondern falsch ernährt. Du hast dir mit deinem eigenen Essverhalten eine typische Zivilisationskrankheit selbst verursacht. Und so, wie du selbst dafür gesorgt hast, dass die Werte zu hoch sind, kannst du auch selbst dafür sorgen, dass sich die Werte normalisieren. Ganz einfach mit der richtigen Ernährung bei zu hohen Cholesterinwerten, du musst dazu nur dein Essverhalten und ein wenig deinen Alltag ändern. Natürlich ist es einfacher, Tabletten zu schlucken und weiterzumachen wie bisher. Doch willst du das wirklich? Wenn nicht, dann lies hier, wie du wieder ohne Tabletten gesunde Blutwerte behältst. Wenn dein Arzt bei dir zu hohe Werte des schlechten Cholestins im Blut festgestellt hat, wird er dir wahrscheinlich Medikamente verschreiben. Die solltest du auch nehmen, bis sich die Werte gesenkt haben. Und zwar langfristig ohne Tabletten. Wir erklären dir, was du tun musst, um in Zukunft auf Tabletten verzichten zu können, um deinen Cholesterinspiegel niedrig zu halten. Beherzige folgende Tipps für eine optimale Ernährung bei zu hohen Cholesterinwerten, Ernährung bei zu hohen Cholesterinwertenke eine tierischen Fette mehr tierische Fette aus Wurst- und Fleischwaren, sowie aus Käse- und Fertigprodukten wie Pizza, Lasagne und Co. treibenden Cholesterinspiegel in astronomische Höhen. Du musst nicht ganz auf Fleisch und Wurst verzichten, aber es hilft schon viel, wenn du darauf achtest, die fettämeren Varianten zu bevorzugen. Du wirst sehen, fettreduzierte Wurst schmeckt genauso gut und ein magerer Schinken hat ein tolles Aroma. Es muss ja auch nicht das fettige Schweineneckenstack oder der Speck sein. Wie wär's mit Kasseler und Kochschinken? Fleisch geht auch lecker mit weniger Fett. Auch Milchprodukte gibt es in fettarmen Varianten. Auch wenn du zuerst denkst, es schmeckt nicht, unsere Geschmacksnerven sind Gewohnheitstiere, bei konstantem Reiz, etwa 7x, erkennen sie eine neue Geschmacksrichtung als normal an, die alte S-Gewohnheit schmeckt anders. Bevorzuge hochwertige pflanzliche Fette ersetze beim Braten die Butter durch hochwertiges Pflanzenöl. Doch Achtung, Butter bräunt, wenn sie zu heiß wird, Öle fangen an, zu rauchen. Achte beim Kauf deines Bratöls darauf, dass es auch zum Braten geeignet ist. Kaltgepresste Öle sind das grundsätzlich nie. Ersetze tierische Fette so oft wie möglich durch pflanzliche Öle. Brate in Bratöl statt Schmalz und Butter und ersetze das Stück Butter am Gemüse durch leckeres Pflanzenöl. Je hochwertiger das Öl am Gemüse oder Salat, desto besser. Gute Öle für Salat und Gemüse sind das heimische Rapsöl, Distelöl oder Leinöl. Sie haben das beste Fettsäurenverhältnis. Olivenöl ist nicht schlecht, aber es geht mit anderen Ölen noch besser. Achtung, Palmöl und Kokosöl sind ungesund und treiben den Cholesterenspiegel in die Höhe. Ernährung bei zu hohen Cholesterenwerten, Trockenfrüchten, Nüsse, Kerne und Samenknabbern voraus werden die guten Öle geprisst? Richtig, aus Nüssen und Ölseiten. Schon knappe 70 Genüsse pro Tag senken den Cholesterenspiegel im Blut um bis zu 7%. Das liegt an den vielen ungesättigten Fettsäuren, die in Nüssen und Ölseiten enthalten sind. Ein Müsli, Stichwort, Ballaststoffe, mit einem Apfel darin, siehe oben, und ein paar Nüssen dazu mit fettarmer Milch ist schon am Morgen ein Superstart in den Tag, und ein ausgezeichnetes Frühstück, um den Cholesterenspiegel zu senken. Viele Ballaststoffe Ballaststoffe sind sehr effektiv gegen hohe Cholesterenwerte. In Studien konnte nachgewiesen werden, dass wenn auf eine cholesterinreiche Mahlzeit eine ballaststoffreiche Mahlzeit folgte, der Anstieg von Cholesteren im Blut deutlich niedriger ausfiel. Die beste Ernährung bei zu hohen Cholesterenwerten enthält also besonders viele Ballaststoffe. Die Ballaststoffe wirken am Darm wie eine Art Putzkolonne, sie reinigen die von der vorangegangenen Mahlzeit noch an den Darmzoten hängenden Cholesterine, bevor sie ins Blut gelangen und befördern sie Richtung Toilettenschön. Konkret heißt das, je mehr Ballaststoffe du isst, desto weniger Cholesterin gelangt überhaupt in dein Blut. Ballaststoffe stecken in Vollkornprodukten, Obst und Gemüse. Wie du siehst, ist eine gesunde Ernährung bei zu hohen Cholesterinwerten gar nicht schwer. Isst du viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukte, so legst du schon einen guten Grundstück, um mit der richtigen Ernährung deine Blutwerte zu verbessern.